Willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's 3 Falls ihr euch fragt warum ich immer noch das gleiche Halt habe liegt daran dass ich alles gerade in einem Tag spiele also nicht wundern So jetzt machen wir die Nacht normal und falls man es nicht gesehen hat sieht man es hier nochmal so sieht es aus wenn meine Cam weg ist Da ist er da ist er Sehen Es ist immer schwer ihn zu sehen Der geht gerade über die Suits Ich bin das Gesicht von Freddy Fazbear's Pizzeria Das ist bezweiflich mein Freund Ah da ist er Er ist bei Cam 05 Oh shit Oh hi Freddy Nein Lass mich in Ruhe Freddy Was sind das für Geräusche Aero bei allem Hallo Schnell Hi Wo ist er Wo ist er Geh in den Raum hier Wo ist er Was zum Fick Das ist Menge Geh zurück Oh fuck Oh fuck Ich bin tot Was zum Fick Nein Ich bin tot Was macht Mangle hier Ich habe mich am wenigsten erwartet Hi Mangle Bitte pfiss dich wieder Oh mach ich da Ich muss hier machen Oh ich bin tot Oder ich bin sowas von tot Audio Audio hier hin Hallo Hallo Kann ichs noch irgendwie retten Oh nein Ich habe sowas verkackt oder Fahre ich denn dort ich werde jetzt sterben werden ich sehe ihn doch da hinten ich habe doch was gesehen wenn ich jetzt wunder machen dass er da richtig ich hab's doch gewusst du blöder kiko man nochmal ich dachte irgendwas was macht mangel hier ich habe jetzt eigentlich einen anderen charakter erwartet nicht mehr ich habe ich überhaupt nicht erwartet ist er da wo ist er überhaupt erstmal ihr wenn zu machen super flott und schnell wo ist mein boy wer ist das boi bb sondern wir werden auch nach 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 nacht 5 die bonusnächte spielen hatte ich zumindest vor gehabt ich habe alles vor wie gesagt hi nichts video error juckt mich nicht die pupsbär bitte abhauen würde ich nicht muss ich nicht angucken okay will ich nicht angucken also ich will ich schon irgendwie angucken aber ich darf es nicht okay also lass es und dann dauert das okay bleibt da in diesem raum bitte okay super danke also wenn mangel da ist muss ich sofort die kamera runter machen weil ich habe keine zeit zu einer anderen position zu switchen heißt ich muss die cam runter machen sofort wenn habe ich zugemacht hier sitzt wenn das zu hallo 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 da ist er er ist da hinten alles flottiger roti leute video error audio error schick dir doch den error sonst wohin alter ich brauche keine errors 2 am kommen wir einmal uns bitte bitte hallo was im killer auf dem weg was du bleibst da schön in diesem raum haben wir uns verstanden kleiner ich behalte dich im auge ja das ist zum serious business man oh 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 okay im Video-Error, mhhh. Mir noch egal. Ja, war doch klar, dass Audio-Error auch noch gleich dazukommt. Rebooten wir doch gleich alles. Rebooten wir doch gleich mal einfach das Leben neu. Kannst mal wieder 4 AM werden. 4 Euro Morgans, plus. Ich klicke doch so schnell ich kann. Come on. Hallo. Spiel? Okay, danke. Wo bist du? Er ist wieder hier. Hey, die Taktik funktioniert, Leute. Ich bin krass. Oh nein, ist es Freddy? Ja, dann juckt es mich nicht. Piss dich, Freddy. Such dir jemand anderen, den du erschrecken kannst. Ich bin nicht für bereit. Hi. Ich sehe dich, kleiner. Audio-Error. Audio-Error. Video-Morgens. Habe ich gerade ein Band gehört? Habe ich gerade gehört, wie der gerade ein Band crawlt? So ganz, 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 ganz selber. Ne, habe ich mir wo eingebildet. Cool. Okay. Super. Hahahaha. Alright. Video-Error. Wie viele Errors willst du mir noch einklatschen? Ich habe immer Angst, wenn ich auf einen Ding-Dinger gehe, dass ich auf etwas Falsches klicke. Das kann gut passieren. Äh. Hallo. Alter. Wieder Audio-Error. Oh, meine Fris. Fünf Uhr morgens. Komm, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann bin ich echt sad. Guter. Hallo. Hallo. Ventil-Lech. Oh, scheiße. Ventil-Lech ist wichtig, weil sonst halluziniere ich schneller. Glaube ich. Auf jeden Fall wird man dann... Nicht gut. Ich habe gerade ein Band gehört. Hundertprozentig ist ein Band. Ja. Ihr seht's. Da ist er. Guckt mich blöde an. Und jetzt? Oh. Hast du keine Chance mehr zu mir zu kommen, egal was passiert. Komm, wo ist Freddy? Ich würde mich von Freddy schrecken lassen, damit ich dir zeigen kann, dass du keine Chance mehr zu mir zu kommen. Viel zu spät für dich, mein Freund. Vergiss es. Gib's auf. Ich habe es geschafft. Ich bin krass. Ich hatte nach zwei Sprachen Probleme gehabt, aber ich muss erst mal das Spiel verstehen, weil das ist ein sehr... Das ist so ein Spiel, das versteht man nicht sofort. Aber wir haben es jetzt geschafft. By the way, Leute, falls ihr euch wundert, woher ich eigentlich am Anfang des Parts... Woher Leute diesen Code rausgefunden haben, am Anfang des Parts, für das Minigame, das findet man, ähm... Ich weiß nicht, okay, lasst mich, ich weiß es nicht. Yarrrrr. I'm a fox. Oh, my friends and by the way to party. Yarrrrr. Ähm, 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 ähm... Ähm... normalerweise steht hier freddy dann ist hier die anderen und normalerweise kann ich dann hier so ein kuchen bringen dass alle happy jetzt habe ich alles neu spielen ok dann muss mir jemand anders für mich herausfinden was passiert wenn man alle wenn man das zu einigen am anfang direkt bekommt dann ich habe jetzt wohl das ganze spiel wird euch irgendwann in einem live stream noch mal neu spielen was war der fehler ich werde es irgendwann herausfinden ja sehr blöd gelaufen das regt mich gerade sehr auf dann werde ich das wohl noch mal ein anderer mal machen nächsten folge oder so letzte nacht für eine normale story da ist er jetzt sind alle animatronics vorhanden es gibt nämlich noch foxy sonst habe ich doch alle oder irgendjemand vergessen warum ist das event wieder offen ist er durchgegangen doch warum war foxy was habe ich was hätte ich dagegen machen sollen wie hätte ich das verhindern sollen dass er in meinen raum kommt warum was er bleibt in dem raum stehen erin moan ok da haben wir foxy auch gesehen was amy passieren glaube ich die ganze zeit nur schlechte dinge ich habe nicht mal dem phone geil zuhören können hat überhaupt zu ende geredet scheißegal jetzt ich will diese die fünfte nach dieser folge noch packen und dann in der nächsten folge zeige ich was ich eigentlich vorhatte mit was zum fick leute f in den kommentaren herz und neff oder so kommen also ob der schon hier ist wenns 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 hier 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 schnell zu machen zu machen ja raus hier raus mit dir raus da yes 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 ich hab was gutes gemacht leute ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn yes normalerweise ständig er ist hier vor meinem bildschirm hier und vor meinem glas aber ich konnte ihn austricksen haha komm zurück in den raum hier ist ein bisschen im raum fuck okay hi hello nein fuck ich bin tot das hört man voll schwer hatte das spiel wie geupdates auf einmal neue minigames hinzugefügt hat und ne neue schwierigkeit jetzt mal no joke ich hab das gefühl das spiel voll krass geupdatet warum verliere ich jetzt die ganze zeit geil nein vent 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 ich bin tot ich bin tot er ist im vent kann ich ihn vielleicht hier entschicken ist im vent habe ich ihn gerade im vent nein er ist hier ich hab verkackt ich hab verloren na komm kill mich kill mich kill mich kill mich ich hab verloren great geh bitte zurück warum geht er nie zurück er geht nie zurück geht zurück nein ich bin tot oh überraschung wenn ich gedacht ich jetzt sterben würde oh mein gund leute fuck oh gosh das wird ein pain er ist im vent er ja richtig ha yes bleibt da drin er ist wieder im vent er ist wieder im vent ja schon wieder im vent oh nein in welchen was zum in welchen war er drin hi ich bin tot ich weiß nicht wo er jetzt ist er ist schon wieder im vent was ich muss ventilation machen ich hab keine ahnung wo er ist nein er hat nie schwarz vor augen nein wo ist er fuck killst du mich jetzt wieder um zwei Uhr morgens so wie immer fuck er ist da er ist da er ist zu wö was was hi hi nein pisse dich pisse dich hallo was bist du hilfe nein nein was zum feg kann ich bitte kannst du dich bitte verbissen gehen bitte pisse dich hallo hallo wie mach ich dich weg jetzt ist er weg ok jetzt haben wir glaube ich fast alle gesehen die puppets die puppets ist er im vent ich weiß es nicht wo ist er ich spiele mal hier audio ich kann ja nicht ein audio mehr spielen was war denn der cam zu sehen ich glaube schon ich habe nicht genau geachtet aber ich glaube man konnte Puppet in der cam sehen hallo ich weiß aber nicht hi er ist hier ich bin tot vier Uhr morgens nein bitte bitte auf auf ich bin tot hallo es in der wand welche welchen 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 diesen 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 habe ich es geschafft hab ich es geschafft hab ich ihn abgewehrt ich habe es gezilte das ist was gespawnt es war vier uhr morgens du troll ich hab zugemacht ich hab zugemacht was soll der scheiß ich nehmt schon mehr als eine halbe stunde für diese folge auf geräts in grünen und bitte in diesem raum aber es war ein guter land auch ich glaube die puppe hat mich am ende gekillt also den pappel zum marionett die holi heißt wirst du eigentlich kann oder bisher hier ja erst hier drin videoerror wieder audio und ich habe immer alles ganz ruhig was man schon zu gewinnen solltest du kurz bin jetzt die ganz gut ja alles gut ja hallo hey freddy erst nicht mehr hier legen wir lieber die cam auf einen anderen band wo ich noch wo ich mir nicht sicher bin also wo ich nein wo ich nicht so gemacht habe ich habe hier vorhin noch mal sporen gesehen und dann wusste ich ja der ist wahrscheinlich da wenn es wenn es wenn es wenn es schon da oder was erst da in welchem band war er erst in diesem jahr dazu gemacht ich habe dazu gemacht guys das btch kommst du nicht durch haha das ist ja hier oder oder was du bitte in diesem raum bekommen proxie nein gut super perfekte elektro elektro perfekte andersrum egal joker mit wie der war kommen das mit beidem es war morgens erst jetzt kommt es auch mal vor als wäre die zeit viel langsamer ich darf diese nacht dann später noch mal machen weil ich anscheinend die minigames verpackt habe als ob er hier ist nein ist er nicht ist nur irgendein phantom hier ja feld ist hier cool brauche ich mich doch nicht hier feld wie geht's dir da ist er drei morgens darfst du bitte in diesem raum videoerror ok über audio hoffen wir dass er in dem raum bleibt wie gut wir mal kurz alles heilig wieder hier okay naja ist hier die wir zurück in den raum nein ok super perfekte vier morgens also ich bitte dich das sind wenn es bitte sagt mir sind wenn ich abgeschossen habe weiß er nicht das sind da kämpft so schon hier diese allgemein gar kein band das sind ja ok alles gut das ist wieder hier lol die videoerror stimme einfach mal audio hocks ist nicht hier zum glück super vent also natürlich in der lüftung scharf aber ich sage mal vent das ist das englische wort ich weiß nicht ob der hier ist oder nicht ich check das nicht ganz im ding da war die pappet ist er noch da das gesehen da war die puppe aber sie war nicht fern und sie war einfach ganz normal es war nicht die fern und pappet war die ganze mal aus knapp 2 fiver jam bitte ich bitte dich was mich zumindest das normale in das schlechte in normale enden dass jeder bekommt ok es hier es hier in diesem raum er gab der hier ist oder nicht bleibt der tür ich meine ich glaube er will und ich habe jetzt hier so ich bin bin aber wir haben es trotzdem geschafft bitte, bitte haben wir es geschafft, bitte, bitte fuck videoerror super yes ich habe zwar die minigames nicht alle geschafft leider aber dann werden wir das zumindest für den stream haben haben wir etwas cooles eine weitere folge knapp 3 warum nicht dann sehen wir zumindest das schlechte enden wir hätten das gut enden bekommen können aber jetzt kriegen wir das schlechte enden was jeder hat so wir spielen nämlich die letzte verlorene seele sollen wir hier sind ja alle gestorben und die sind alle freigekommen die ganzen seelen und jetzt warten die hier oben auf mich bonnie, chica, freddy und foxy und ich bin wahrscheinlich goldenfeld ich weiß es nicht so und da haben wir den killer, purple guy so der hat angst vor uns weil er weiß dass er uns umgebracht hat damals in fnaf 1 und jetzt denkt er werden diesem springtrap outfit spring bonnie outfit geschützt aber die springlocks quetschen ihn zusammen und er stirbt na gut sterben aber auf jeden fall blutet er und es ist machtlos ja bad ending weil die sehen sind immer noch in der drin hätte mich allen einen cake gegeben dann werden die alle glücklich und können in den himmel aber so sind die immer noch am wandern und dann sieht man es da ist golden freddy nur so als kleiner hinweis ja und wir haben einen sterne halten so wir haben die nightmare mode wir haben hier nightmare night was die nächste sechste nacht beinhaltet und im extras menü haben wir nicht alles glaube ich oder ja nur nicht alles und ja soweit ich weiß gibt es zwei drei sterne einstern normal durchspielen zweiten stern durch was ich gerade gesagt hat diese dieses gut ending ja genau das würde ich sagen deshalb wollte ich auch ausruhen was passiert wenn ich das gut ending zuerst machen muss ich dann beides machen also erstmal gut enden mit dann normal noch durchspielen das habe ich jetzt eigentlich testen können tut mir wirklich wirklich leid dafür also wirklich leid das zeichne nie sondern das dritte annehmen kommt man also den stern kommt man durch nightmare mode aber durch eine update gibt es vierten stern und zwar wenn man die schießt später freigeschaltet hat gibt es da einen hartmode kann man da anmachen wenn man einen hartmode nightmare schafft dann gibt man gibt es noch einen bonus stern die da irgendwann später reingepächt hat so mit vorlieg sie zeige ich euch noch ein wenig so wenn es euch gefallen hat leute dann das auch immer eine positive bewertung haben wir auf jeden fall freuen damals bringt man zwei bilder vorliegen close-up phantom foxy der einfach irgendwann spawnt phantom balloon boy phantom chica die wir nie gesehen haben die anscheinend bin ich zu krassen im game dass ich die nie sehen musste fragt mich nicht aber jetzt gibt es hier in jams casting deshalb werden wir das auch noch bekommen wie man phantom chica sehen kann und was mit jams gelehrt welche noch erzählen dieser folge nicht mehr phantom freddy die anschauen und hier phantom puppets puppets die bütsch sagen leute wenn es euch gefallen hat hau rein dann lasst gleich da schaut beim nächsten mal vorbei und dann sehen wir uns wieder